hallo leute heute der 15 oktober halb eins hier fliegt nicht viel weil es kalt heute nacht also zum montag haben sie den ersten frost gemeldet so ihr wisst ja was das heißt und was mache ich jetzt zählen hier sieht man mal die ganze windel also da ist nicht mehr viel müll ich schätze mal hier sind noch so ein bisschen brut aber das war es weil es da ein bisschen dunkler also mehr zeug liegt so erzähle ich mal das erste volk habe ich durch die nummer 5 hier sieht man den haufen das sind 276 so jetzt bin ich durch mit zählen und jetzt gucken wir mal schnell die zahlen an und das war es dann auch schon wieder für heute und hier 15 vier tage später 126 letztes mal 126 was ein zufall folgt nummer eins folgt nummer zwei mehr geworden letztes mal 139 heute 156 nummer drei letztes mal 111 heute 147 mehr geworden als hier der letzte mal favorit war letztes mal 312 heute 295 ein bisschen weniger und die nummer 5 letztes mal 245 heute 276 mehr geworden es wird wieder mehr oder bleibt gleich oder weniger hatte ich ja auch hier weniger hatte ich gar nicht mal sehen was da nächstes mal fällt gut das war ein kurzes update wetter wie gesagt wird kalt dann bis zum nächsten mal ciao ciao